In diesem Video geht es jetzt darum, hier oben eine Öse einzuzeichnen, sodass man den Dino nachher an einen Schlüsselanhänger oder einen O-Ring befestigen kann und diese Öse soll mittig hier auf dieser Linie anfangen und nicht mit dieser Fläche bündig sein. Jetzt die Frage, wie kriege ich das hin, weil ich kann ja sonst immer nur Flächen anklicken, Rechtsklick und dann eine Skizze darauf erstellen. Dann würde die Skizze auf dieser Fläche liegen und die Öse würde somit auch auf dieser Fläche anfangen. Das möchte ich aber nicht, sondern wenn ich das jetzt mittig anfangen möchte, die Skizze in der Mitte des Dinos liegen soll, dann klicke ich hier oben auf Konstruktion, auf das Dropdown-Menü und sage jetzt Versatzebene und jetzt blendet er automatisch eine Ebene schon ein, weil ich diese Fläche hier schon ausgewählt hatte und zu dieser Fläche soll der Ebenenversatz jetzt zum Beispiel in diese Richtung um 4 mm sein. Dann habe ich zu der ausgewählten Fläche eine Ebene erstellt, die um 4 mm versetzt ist. Das soll aber nicht in diese Richtung sein, sondern in die andere Richtung und auch nur 2 mm. Das heißt, hier steht jetzt bei mir minus 2 mm in diesem Feld und jetzt sieht man auch, die Ebene ist mittig in dem Dino drin und ich kann das Ganze abhaken. Und der Trick ist jetzt, dass ich auf diese gerade erstellte Ebene auch eine Skizze legen kann, nämlich Rechtsklick auf die Ebene Neue Skizze erstellen. Und jetzt bin ich in einer Skizze, die sich mittig in dem Dino befindet. Das wird auch nochmal klar, wenn ich jetzt hier in der Skizzenpalette sage Aufschneiden. Also ich säge den Dino jetzt damit quasi durch und diese Schraffur, die kann man sich jetzt so als Sägemarken vorstellen oder als Sägefläche und jetzt wird es glaube ich klar, dass ich mich mitten in meinem Dino befinde. Ich möchte ihn jetzt aber gar nicht aufschneiden, sondern ich möchte eine Skizze zeichnen. Ja, wir schneiden ihn doch mal auf. So, und zwar möchte ich von hier nach hier ein Kreis zeichnen. Dazu gehe ich nicht auf den normalen Kreisbefehl, sondern sage erstellen, Kreis, Kreis mit drei Punkten und jetzt wird mir auffallen, wenn ich diese Kante hier anwähle, das ist ein bisschen das Problem gerade, also ich möchte diese Ecke anwählen und er fängt die nicht. Also irgendwie hat er hier ein Problem, weil er das hier nicht wirklich als Ecken erkennt, weil in Wirklichkeit ist das hier ja auch keine Ecke, sondern wenn ich das Aufschneiden jetzt wieder deaktiviere, das ist nur eine Linie und er erkennt nur Ecken. Und wir haben hier in der Mitte keine Ecke, wo wir den Kreis jetzt drauflegen können. Dazu müssen wir einen Trick anwenden und zwar müssen wir diese Kontur oder diese Ecke hier mit rein projizieren. Und zwar gehe ich dazu auf erstellen, sage jetzt projizieren einschließen und klicke hier auf projizieren. Ihr seht, dahinter ist auch ein Shortcut, weil man diesen Befehl einfach super aufbraucht. Wie funktioniert dieser Befehl jetzt, wenn ich zum Beispiel in meine Skizierebene, die sich ja jetzt mittig in dem Dino befindet, diese Linie hier projizieren möchte? Also ich sage mal, wenn man jetzt wieder an Klarsichtfolien denkt, würde ich es Durchpausen nennen. Dann hat er jetzt zum Beispiel hier das Auge rein projiziert oder ich kann auch sagen, er soll nur diesen und diesen Punkt rein projizieren, weil das brauche ich jetzt im Endeffekt für meine Skizze. Wenn ich dann sage OK und sage wieder Aufschneiden, dann habe ich hier einen Punkt und hier einen Punkt und an dem kann ich mich jetzt mit meinem Kreis orientieren. Nämlich, ich klicke hier oben wieder auf Erstellen, sage Kreis mit drei Punkten und klicke jetzt diesen Punkt, an den ich mir gerade rein projiziert habe, klicke diesen Punkt, an den ich mir rein projiziert habe und wähle jetzt den Durchmesser 1,8 Millimeter und bin soweit fertig. Zumindest mit dem Innenkreis. Und jetzt kann ich hier nochmal auf Mittelpunkt Durchmesser Kreis oder C wie Circle gehen, also der normale Kreis und lege auf diesen Mittelpunkt des gerade gezeichneten Kreises einen neuen Kreis mit dem Durchmesser 3 Millimeter, sage Enter und jetzt muss ich noch zwei Linien zeichnen, die meine Kreisringkontur nachher schließen. Also ich möchte das hier ja nachher extrudieren. Dafür muss ich noch von hier nach hier eine Linie zeichnen und von hier nach hier eine Linie zeichnen. Und jetzt könnte ich das, was ich nicht brauche, auch noch wegstutzen. Ich kann es aber auch da lassen, zum Beispiel das hier. Das brauche ich ja nachher nicht. Wenn ihr das da lasst, ist es auch in Ordnung. Das ist meine Fläche, die ich nachher für die Extrusion brauche. Und jetzt sage ich Skizze fertigstellen und habe das Problem, wenn ich auf Extrusion jetzt klicke, in meinem Fall, vielleicht ist das bei euch anders, dass er mir die Skizze nicht anzeigt. Das liegt daran, dass ich hier den kompletten Skizzenordner ausgeblendet habe. Ich kann ihn auch einblenden. Und jetzt sehe ich, wenn ich hier den Ordner aufklappe, hat er mir die Skizze, um die es gerade geht, automatisch eingeblendet. Den Rest hat er ausgeblendet. Und jetzt fragt er nach einem Profil. Und als Profil kann ich jetzt hier nur eins auswählen, nämlich das hier. Und das soll er extrudieren. Und zwar nicht nur in eine Richtung, sondern ich möchte das symmetrisch in beide Richtungen extrudiert haben. Und ich möchte einen Abstand insgesamt, also hier die Gesamtlänge von 1,5 mm haben. Dann habe ich meine Öse soweit fertig und kann das Ganze abspeichern und ausdrucken. Alternativ kann man aber auch jetzt sagen, okay, diese Ebene ist nicht bündig mit dieser Ebene. Das gibt beim 3D-Druck ja Probleme. Weil wenn ich das Ganze auf die Druckplatte lege und das so aussieht, dann müsste ich von hier nach hier einen Support generieren. Und das halte ich nicht für schlimm, weil das ist nur minimal. Und das wäre es mir in diesem Fall wert, dass das Ganze symmetrisch ist. Aber 3D-Druck freundlicher wäre natürlich, wenn diese Ebene hier mit bündig wäre. Und die Frage ist, wie kriege ich jetzt nachträglich noch diese Ebene hier mit bündig? Und zwar muss ich mir dazu diese Konstruktionshistorie wieder angucken hier unten. Und dann sehe ich ja, wenn ich mir das alles jetzt mal einblende, also ich muss hier im Baum meine Ebene auch mal einblenden und meine Skizze. Und jetzt kann ich im Endeffekt alles sehen, was ich wie wann konstruiert habe. Wenn ich hier unten den Slider nach links ziehe, sehe ich, ich habe jetzt als erstes meine Ebene konstruiert. Dann habe ich darauf die Skizze gelegt und dann habe ich daraus eine Extrusion gemacht. Das erste, was ich machen muss, ist, ich muss diese Ebene doppelklicken, um die nachträglich noch verändern zu können. Das Schöne ist an solchen parametrisierten CAD-Programmen wie Fusion, dass ich alles nachträglich noch ändern kann. Ich kann zum Beispiel sagen, diese Ebene soll gar keinen Versatz von minus 2 mm haben, sondern die soll zur Ursprungsebene, also zur Körperfläche, gar keinen Versatz haben und damit bündig sein. Wenn ich jetzt sage, okay, dann ist auch meine Skizze hiermit wieder bündig. Und jetzt habe ich ja eben die Skizze in beide Richtungen, also nach rechts und nach links, extrudiert. Und jetzt kann ich im Nachhinein noch sagen, wenn ich hier auf die Extrusion gehe, doppelklick. Also auch die Extrusion möchte ich ändern. Und zwar soll die Extrusion nur in eine Richtung gehen. Und zwar nicht in diese Seite, sondern 1,5 mm mit einem Minus davor. Und jetzt habe ich das Ganze hier bündig und kann jetzt das, was ich nicht mehr sehen möchte, hier im Baum wieder ausblenden. Mein Dino ist soweit fertig. Das lasse ich jetzt einfach so, wie es ist und kann das Ganze als STL-Datei exportieren und ausdrucken. Wie das geht, zeige ich euch im nächsten Video. Wie das geht, zeige ich euch im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.